Jo Leute und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, Diddy's Kongress mit dem Flash. Mit Zentus. Ja. Ich muss gar nicht schon wieder niesen. Wirklich? Nö. Doch. Hoffentlich sind die Kontrolleeinstellungen falsch, auch zwei Leben nur noch. Herrlich. Scheiße war das, ja. Schaffst du es diesmal? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber der letzte Save ist jetzt glaube ich da, mit zwei Leben. Ähm, ja. Ich glaube auch. Weil ich da, weil ich ja immer wieder ein Level geschafft habe mittlerweile. Ha, 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 ha. Tot. Ha, ha, ha. Tot. Auf der Welt ne Biene. Ey, verpiss dich, verpiss dich. Sollte das hier auch vorher töten, ne? Eigentlich. Nö, warum? Ah, falsche Knöpfe. Scheiße. Ja. Ja, 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 du hast nur vier. Weck dich. Nö. Ich habe eben gerade voll vergessen, welchen Knöpfe ich in die Bezirken muss. Ich weiß gar nicht viel Leben. Guck mal, ich muss zum Beispiel die Tasten wieder einstellen. Pech gehabt, würde ich sagen. Watze. Äh. Wir sind so eine Aufnahmeprofis. Seht ihr ja wieder. Ja, du bist der Aufnahmeprofi. Bin ich auch, siehst du ja. Meine Einstellungen sind in Ordnung. Deine nicht. Ja, aber nur eine Taste. Vielleicht. Und hast du die Start-Taste? Ne, die haben sich schon wieder verändert. Wow. Ne, ich benutze nicht Start, um ins Level ranzugehen. Benutz. Wow. Die haben sich ja alle verändert. Äh, was ist denn X nochmal? Ja, das kann natürlich sein, aber das Programm ist halt dafür. Ja, wahrscheinlich, wenn du das einmal komplett liest, dass sich das wieder ändert. Ne. Ach, ist auch egal. Oh nein. Da warst du ja. Ja. Wir haben beim letzten Mal gut beendet, irgendwie. Aber da warst du in die falsche Richtung. Und da kamst du, glaube ich. Jetzt kommt dir das hier. Sag ja, ach so. Ach ja, du bist ja verrückt, stimmt ja. Da war ja was. Adolf Hitler. Nicht. 1, 2, 1, 2. Wow. Ja, normalerweise hätte es bestellen müssen. Nur, hallo. Ja. Wie nett. Ja, und? Ich. Du musst aus der Seite drücken. Ah ja. Es gibt schon geile Musik. Leck mich alle, Mann. Ne. Leck. Ja, das haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir gar keinen Leck gehabt, oder? Also einen so zwischendurch. Aber das war auch harmlos. Sein, dass wenn du stirbst, ne? Könnte ich nur immer laden. Ja, ich weiß. Mit zwei Leben. Das ist gerade hier schon ein Teil rum, dass du leckst. Also bei mir leckt das jetzt gerade nicht. Ne. Aber zwischendurch haben wir. Eben, war das einmal kurz. Ich glaube, das liegt bei uns dazwischen. Oh. War ich nicht. Aber wieso, dass wir weit dazwischen weg sind. Oh, ich muss mal eben kurz was machen. Mein Handy vibriert. Ah, mein Handy vibriert. Komme ich jetzt hier raus? Ja. Machen Sie zum Glück den ganzen, ganze Zeit schon laut los. Vielleicht der Vogel. Vogel, Vogel, Vogel. Mann, 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 Mann. Vielleicht hat es mal wieder voll drauf. Noch mal ein Flash. Was denn? Wie ist die jedes Mal weg? Mann, Mann, Mann. Ich kann doch nichts dafür. Handy hat vibriert. Ja, und? Ja, da muss ich halt dran. Dein letztes hat vibrieren. Ne. Das war wichtig. Ja. Jetzt ist ja noch keine 8 Uhr. Ja, Freitags haben die auch speziell bei euch, ne? Ja. Din, din, din. Ah, ja, ja. Ja, wenn das in der Arbeit ist, muss man natürlich rangehen. Eigentlich. Eigentlich. Außer man hat keine Lust. Ja. Ja, da, 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 da. Hey, wie liegt das gerade so ein bisschen bei mir? Das liegt, wie gibt... Hm? Daran, weil das bestimmt, weil wir so weit auseinander sind und dann zwei verschiedene Leitungen. Also jetzt nicht beide dieselben. Das kommt, glaube ich, auch nicht ganz gut. Ja, aber letztes Mal hat es nichts existiert. Na, ich weiß es nicht, Ron. Oh, Centus. Na, wird das was? Hä? Was willst du? Ich sag, wird das was mit dem Level? Das ist so ein schönes Level, ne? Das ist ein Fuck-Level. Die Wand an Level. Und mir sagen, dass es schwer ist, dass es leicht wäre. Oh, Leck. Tschüss. Soll ich laden? Ah, nee. Ich bin ja noch dran. Dann lade ich erst. Drück. Ja. Was sonst? Drück. Drück. Kannst irgendwas drücken? Ja. Achso, ja, ja. Ich bin grad nur aus dem Beet gegangen, deswegen. Ist aber weit zurück gewesen, ne? Ja, ich hatte nicht gespeichert. Ach, er konnte ich ja eh nicht. Das hab ich doch geschlossen. Das hab ich auch geschlossen. Das darf ich nicht, sonst ist gleich die Verbindung weg. Äh. Ich hab eigentlich, äh, ich hab auch alles geschlossen, was ich nicht brauch. Warte mal, was zeigt eigentlich hier? 80 Prozent. Ich hab mal Skype geschickt, mal gucken. Ja. Ich bin doch nicht wirklich was. Naja, Skype schießen wir dir nix. Ja, wegen der Verbindung so ein bisschen was, schaun hier was. War noch minimal. Na, Schnappi? Komm. Na, Schnappi, das dumme Krokodil. Ähm, das ist mir nix ja. Ich frag nicht, ich lade schon mal. Ja, mach mal. Ist einfacher. Ja. So. Aha. Aha. Dafür hab ich die diesmal nicht gekriegt. Bitte. Müsste bei der Omi noch speichern. Hä? Bei der Omi. Tot. Also. Patsche. Patsche. Na. Was denn? Ich hab nix gesagt. Ich auch nicht. Ach, du hast die, glaub ich, auch grad hört. Nein, das schaffst du. Ach ja, da war ja was, dass man da so... Ja. Oh, fick dich. Na. Aha. 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 Mobbing. Mobbing, heiß. Aha. Ich würd dich auch auslachen immer, wenn du's nicht schaffst. Nein. Aha. Ich hab richtig gescheit. Scheiße. 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 Muha. Ja, aber zum Glück ist das nicht so schlimm wie Kyle's und Mario. Ja, es gibt Leute, die schaffen, und es gibt Leute, die schaffen's nicht. Ja, so wie du. So wie du, ja. Oh, ich hab gar nicht mal gespeichert, gratis. Ne, Omi, ich will dich noch mal. Also jetzt. Zumindest weiß ich ja jetzt, dass man diese Scheißbaum mit den Drehsprüngen kriegt. Ja. Sag dich ja. Ja. Und du musst so leicht drücken, dass er nur ganz kurz hochspringt. Ja. Und das hinzukriegen ist manchmal voll schwer. Ich muss erst mal da hinkommen. Ja. Aber ich hab dir ja letztens gesagt...